Hallo und willkommen zum zweiten Teil unserer Sromer Tour 2021. Von Dieppe aus starten wir auf den D925 zu einem kurzen Zwischenstopp in die kleine Hafenstadt Saint-Valéry-en-Camp. Der Stellplatz liegt direkt an der Hafeneinfahrt mit einem tollen Blick auf die Kreidefelsen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Weiter geht es Richtung Etretar. Dazu folgen wir der D925 bis Fekamp, die direkt dort wieder zur D940 wird. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ortsauswärts Richtung Le Havre gibt es an der Hauptstraße einen großen Parkplatz, auf dem Wohnmobile stehen dürfen. Von dort aus folgen wir den ausgeschilderten Wanderrouten, die uns zu den steilen Felsklippen mit ihren außergewöhnlichen Felsformationen führen, die dort den Ort von beiden Seiten umrahmen. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Nach einer schönen Wanderung entlang der Klippen und einem anschließenden Bummel durch die Stadt Etretar geht es weiter Richtung Honfleur. Dabei kommen wir durch die große Hafenstadt Le Havre. Da wir Richtung Normandie möchten, fahren wir über der Pointe Normandie. Der Pointe Normandie Der Pointe Normandie. Sie ist eine Schrägseilbrücke, die mit 856 Metern die größte Spannweite in Europa besitzt. Sie bequert die Seine-Mündung und verbindet Le Havre auf dem rechten Ufer im Norden mit Honfleur, auf dem linken Ufer im Süden. Die Brücke wurde in den Jahren 1988 bis 1994 gebaut und am 20. Januar 1995 eingeweiht. Die Durchfahrtshöhe für Schiffe beträgt beim höchsten bekannten Wasserstand 52 Meter. Flussaufwärts sind die nächsten Brücken der Pointe Trancaville und der Pointe Breton. Flussaufwärts Flussaufwärts Bis zum nächsten Mal. Unser nächster Übernachtungsstopp ist in Honfleur. Im Innenhafen entdecken wir ein nettes Restaurant, wo wir zu Abend essen. Im Anschluss bummeln wir noch durch die Innenstadt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Nächsten Morgen geht unsere Reise weiter Richtung Bennoville. Davon aber mehr im dritten Teil. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Bis zum nächsten Mal.